Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri. Ja, und wir sind zurück bei unserem Kaiser Ugolino und heute zeige ich euch mit diesem Bildschirm. Nicht, weil ich schon wieder eine Zwangspause angründigen möchte, sondern eher viel mehr, weil man eigentlich nur hier immer ganz schön sieht, wie die Größenunterschiede der Charaktere sind. Das ist nämlich tatsächlich so, da gibt es Unterschiede. Unser letzter Herrscher, Opoicino, der war richtig groß, beziehungsweise seine Frau war einfach sehr klein. Da sah das immer sehr lustig hier aus. Ich habe euch das leider nie gezeigt, aber es sah wirklich immer recht ulkig aus. Hier, er kommt vielleicht ein bisschen auch zum Tragen, dass seine Mutter halt nicht so groß ist. Also das vererbt sich einfach auch ganz schön. Das finde ich echt schön gemacht. Und seine Frau ist jetzt wiederum ungefähr so groß wie er. Ich bin mal gespannt, wie sich so die Größe unserer Herrscher noch entwickeln wird. Ja, Ugolino, wenn wir schon mal gerade bei ihm sind, der ist ja in der letzten Folge erst an die Macht gekommen. Und ich hatte dann zwar ein bisschen den Charakter vorgestellt, aber jetzt noch keine richtige Marschrichtung entworfen. Dazu brauche ich immer einfach ein paar Minuten Ruhe. Die habe ich mir jetzt genommen. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen auf seinen Charakter eingehen. Also er ist ja ein genialer Bücherwurm. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel rein, damit ich euch das besser zeigen kann. So, Ugolino. Ugolino ist genial, das wissen wir. Und er hat auch eine Bildungsausbildung. Daraus resultiert, dass er einfach unfassbar viel Bücherbildung hat. Das ist wirklich ein sehr genialer Bücherwurm. Sehr gebildet. Ihm ist außerdem Gesundheit sehr wichtig, wie man sieht. Also er hat sich bisher bei seinen Studien hier vor allem in diese Richtung entwickelt. Man sieht auch, er wollte eigentlich gelehrter werden. Das habe ich noch gar nicht so richtig beachtet. Das wird dann vielleicht mal noch was. Jetzt aktuell haben wir ja Familie als Fokus gewählt. Dann kommen wir später nochmal zu. Genau, also ihm ist Gesundheit wichtig. Sieht man daran, dass er halt auch Kräuterkundler ist. Also sich einfach auch mit Heilkunde ein bisschen auskennt. Dass er selber sehr viel Wert auf den gesunden Körper legt. Dass er selber auch athletisch ist. Also auch wirklich was für seinen Körper tut. Das ist schon mal eins. Dann ist er außerdem zufrieden und treuherzig. Und ich finde gerade diese beiden Eigenschaften in der Kombination machen wirklich einen sehr friedlichen, sehr friedfertigen Herrscher aus. Also er wird eher nicht selbst Kriege anfangen. Das sage ich schon mal gleich vorab. Dass das natürlich, ähm, so wie das Spiel im Moment ist, schon irgendwo ein Problem, sage ich mal. Dahingehend, ähm, dass es halt für Friedenszeiten noch nicht ganz so viele Inhalte gibt. Da müssen wir jetzt also ein bisschen überlegen. Ich habe mir überlegt, als erste Maßnahme werde ich erstmal ein bisschen schneller machen. Damit einfach mehr Zeit vergeht. Ähm, wir dadurch einfach ein bisschen mehr zu tun haben. Ähm, ja. Ja, treuherzig heißt natürlich auch, dass er seinen Vasallen und generell anderen Menschen recht schnell vertraut. Und jetzt grundsätzlich mal nicht davon ausgeht, dass irgendwelche Leute niedere oder unlautere Motive haben könnten. Also, ähm, er glaubt so ziemlich an das Gute im Menschen. Und weil er eben auch einfach zufrieden ist mit der Situation, wie sie ist, wird er jetzt halt auch wirklich nicht irgendwie großes Engagement zeigen. Eine Ausnahme für mich, was Kriege angeht, wäre zum Beispiel, wenn er jetzt, ähm, hier einen Kriegsführungslebenswandel erwürfeln würde. Denn er ist ja sprunghaft. Ähm, wir hatten ja schon einige Monarchen, die sprunghaft waren. Und da halte ich das ja immer so, dass ich die Sache auswürfle. Also, dass ich hier in den Lebenswandel reingehe, dann zwischen den fünf Lebenswandeln auswürfle, wobei seine Ausbildungseigenschaft doppelt gewertet wird. In dem Fall Bildung. Und, ähm, ja. Daraus ergibt sich dann eben sein Schwerpunkt, den er gerade setzt. Und das ist so ein bisschen dann auch die Marschrichtung, wo er dann ein bisschen was macht. Weil ein bisschen was machen muss er ja schon als Kaiser. So ist es nicht, ne? Ähm, also wenn er da jetzt einen Kriegsführungslebenswandel auswählen würde, dann würde man vielleicht doch ein Kriegsziel auswählen. Ja. Ansonsten, dadurch, dass er so gebildet ist, denke ich, kann man durchaus sagen, dass er sehr dem Gerardismus zugewandelt ist. Gerardismus ist ja so eine, ja, sehr intellektuelle Form des Glaubens. Sagen wir es mal so. Ähm, und ich denke, dass er durchaus aus... Ja, er ist ja sehr gebildet, also das passt sehr gut. Also er, ähm, hat einfach viele gerardische Tummen, sagen wir es einfach so. Das ist vielleicht auch mal eine Neuerung gegenüber den vorherigen Herrschern, die da jetzt nicht so bewandert drin waren. Die waren ja eher kriegerisch drauf. Wenn man sich das so anschaut. Also er ist, glaube ich, der erste nach vier Generationen, der mal wirklich wieder, ähm, ja, richtig dem Gerardismus zugewandt ist. Also das ist vielleicht auch mal noch eine, ja, interessante Sache. So, da er jetzt, ähm, einen Familienfokus hat, ergeben sich für mich ein paar Sachen. Zum einen wird er sich natürlich um seine Familie kümmern. Wir können uns das mal anschauen. Wir haben eine Frau, Kaiserin Gerberger. Die ist unersättlich, zufrieden, so wie wir, interessante Kombi übrigens, und rachsüchtig. Auch das in Zusammenhang mit der zufrieden, ähm, sag ich mal, recht interessant. Ähm, ist vielleicht so eine Charaktere, der mit sich selber auch manchmal so ein bisschen im Konflikt steht. Ähm, wir sind ja durch und durch zufrieden, wenn man so will. Also ich, mein, sprunghaft kann man einfach auch so interpretieren, dass er viele Interessen hat. Ne? Ähm, er wird natürlich selten irgendwas fertig machen, sozusagen. Aber, ja, gut, so, so viel zum Charakter. Da er jetzt Familie hat, wie gesagt, seine Frau. Er hat sechs Kinder mit ihr. Da hat er Prinzessin Ausonia von Italien, die ist 30 Jahre alt und irgendwie eingekerkert, äh, beim König von Milzenia, grundunbekannt. Also die hatten nicht irgendwie einen Krieg, weil sie ist nämlich verheiratet mit dem Bruder des Herzogtums von, des Herzogtums in Niederschlesien. Das ist zwar geografisch schon mal in der Nähe, aber, ähm, wie das jetzt zustande kam, ist mir ein Rätsel. Ich dachte kurz, er hätte sie vielleicht entführt. Also ich als Spieler weiß natürlich, dass das geht. Unser Herrscher würde auf deinem Traum nicht auf die Idee kommen. Aber der kann das nicht. Das muss man nämlich, glaube ich, erst hier, ähm, ja, bekommen durch den Anstifter. Hier gibt es das Entführungskomplott. Ähm, und das hat er nicht. Also, ich habe keine Ahnung, wie die eingekerkert wurde. Auf jeden Fall sind wir natürlich der Meinung, dass das so nicht geht, würde ich sagen. Das ist ja unsere Tochter. Ähm, und darum würde ich jetzt als erste Amtshandlung sozusagen mal sagen, er versucht ihnen jetzt erstmal eine Debatte darüber zu verwickeln. Wir haben jetzt natürlich nur die schriftgläubige Debatte. Wir gehen jetzt einfach mal darüber aus, Grundlagen des Glaubens, ne, Warum kehrerst du jemanden ein, der eigentlich nichts Böses getan hat? Also, werden wir das jetzt mal machen. Wir versuchen das. Kann natürlich sein, dass er auch gewinnt. Dann würde er uns Frömmigkeit, ähm, wenn wir verlieren. Ähm, gut. Wir starten jetzt erstmal die schriftgläubige Debatte. Ähm, da kümmern wir uns aber gleich drum. Jetzt erstmal schauen wir uns noch die anderen an. Wir haben Prinz Adisone von Italien. Der ist verheiratet mit Violante. Ähm, Enkelin des Herzogs von Duklia. Also nichts wirklich Spektakuläres, was die Verbindung hier angeht. Ähm, auch sonst keine besonders spektakuläre Person. Unser Sohnemann selber ist feige und zufrieden. Also auch das wieder eine Wahnsinnskombination, gerade mit Sprunghaft. Ähm, sein Sohn wiederum immerhin klug. Also schlau und robust geworden. Immerhin etwas. Naja, ähm, interessant, sag ich mal. Interessant. Ähm, dann haben wir Prinzessin Berenice von Italien. Die ist verheiratet mit Carlo di Padua. Der Enkel des Herzogs von Friaul. Jetzt auch wieder nichts Besonderes. Ähm, wir haben ihre Schwesterprinzessin Edda. Auch eine sehr kluge Frau. Die ist verheiratet mit Prinz Bonconte von Milzenia. Und das wiederum ist der zweite Sohn des Königs von Milzenia, der ja die Älteste gefangen hält. Also auch das wieder eine sehr brisante Angelegenheit. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Ähm, ja. Dann haben wir Prinz Ubaldo von Italien. Unser zweiter Sohn. Der ist 15 Jahre alt. Verlobt mit Ekaterina Mestre Kildukbrit. Ähm. Ähm, Enkelin des Herzogs von Strathkleid. Und ich... Also ich finde, wir sollten diese... Dieses Verlöbnis mal brechen. So. Das machen wir nicht. Für den werden wir jemand anderes suchen. Ich hab mir da auch schon was überlegt. Und zwar, ähm, gibt es hier in Westfranken eine Prinzessin. Die Prinzessin Melisende von Westfranken. Und ich glaube, die ist eine ganz vernünftige Partie für ihn. Jetzt müssen wir ihn nur noch wiederfinden. Gehen wir mal nach Bündnismacht. Äh. Hier, Ubaldo. Da haben wir ihn, ja. Genau. Die kann er heiraten. Das ist eine ganz vernünftige Partie. Ähm, Tochter eines Königs. Das ist durchaus standesgemäß. Ähm, und wir haben unseren jüngsten Sohn. Der ist auch noch nicht verlobt. Er ist 14 Jahre alt. Und, ähm, für ihn hab ich mir auch jemanden rausgesucht. Und zwar Garda de Bern. Das ist die Tochter des Herzogs, der... von Barcelona. Dieser Herzog ist mittlerweile sehr, sehr mächtig geworden. Er hat jetzt mittlerweile das Herzogtum Valencia und das Herzogtum Aragon auch eingenommen. Herrscht also über eine recht große Landfläche. Und deswegen denke ich, ist das durchaus eine gute Partie für ihn. Zumal sie im Moment die Erbin ist von ihm. Also es gibt im Moment... Ähm, keinen anderen Erben. Ich mein, er selber ist zwar jung mit 25, aber seine Frau ist 47. Ähm, das ist jetzt die Frage, ob da noch viel passiert mit weiteren Erben. Im Moment ist sie als Erbin gesetzt sozusagen. Und damit würde unser Sohn quasi der Gemahl einer Herzogin werden. Was ja nicht so verkehrt ist, ne? Das kann man ja durchaus mal machen. So. So viel dazu. Dann werden wir uns erstmal in die schriftgläubige Debatte hier reingeben. Eine große Debatte. Wir treffen uns in einer großen Halle in Meißen, wo wir auf wackelnden Tischen stehen, die kaum einen Meter voneinander entfernt sind, umgeben von einer Schar eifriger Zuschauer. Die Menge schweigt und wartet darauf, dass die Debatte beginnt. Binnen einer Stunde rede ich König Vittorio in Grund und Boden. Ich greife seine Frömmigkeit an, sein Verständnis von Tugend und stelle sogar in Frage, ob Gott ihn wirklich als treu ergeben erachten kann. Die Menge tobt und bewirft König Vittorio mit faulen Eiern und schimmelnden Kohlköpfen, bis er aus der Halle flieht. Liebt Gott mich denn nicht mehr? Ja, der magelt mich jetzt natürlich nicht mehr, aber das ist durchaus in Ordnung, da er ja unsere Tochter gefangen hält. Leider gibt er sie jetzt natürlich auch nicht einfach frei, deswegen, ne? Deswegen muss ich sie jetzt, glaube ich, tatsächlich auslösen. Aber auf jeden Fall haben wir uns schon mal an ihm gerecht und ihm halt so richtig gezeigt. So, erstmal unsere Tochter freikaufen. Da wir so ein Familienmensch sind, machen wir sowas auch. Also, dass wir die auch freikaufen, ne? Bei einem anderen Herrscher wäre das vielleicht egal, aber wir haben ja gerade einen Familienfokus. Da kümmern wir uns natürlich darum, dass auch unsere verheiratete Tochter frei ist. Nur wenige haben das Glück, so viele Freunde zu haben wie ich. Oh ja, wir haben tatsächlich einige Freunde. Wir haben unseren Sohn, unseren anderen Sohn und die Königin von Aquitanien. Das sind unsere Freunde. Nur wenige haben das Glück, so viele Freunde zu haben wie ich. Ich weiß, ihre Unterstützung zu schätzen und vertraue ihnen voll und ganz. Und doch habe ich das Gefühl, dass unter all den beherzten Seelen, die ich zu meinen treuen Gefährten im Leben zählen darf, ein Mensch mich doch mehr als alle anderen versteht. Hm, wer ist denn jetzt sein bester Freund? Ist es sein Sohn? Oder Brandimena, die vom Alter her natürlich besser dazu passt? Sein jüngerer Sohn? Oder er wird niemanden bevorzugen? Hm. Ich meine, er ist schon auch treuherzig. Ich denke, er würde jetzt niemanden bevorzugen in dem Fall. Ein Festmahl? Corsica? Nein. Ähm, das bringt mich zu einer Idee, ich wollte selber mal ein Festmahl ausrichten. Denn wir haben ja, äh, wurden ja gekrönt, also müssen wir jetzt natürlich auch irgendwelche Krönungsfeierlichkeiten abhalten. Genau, Stimmung ist prächtig. Mein Sohn und Erbe, Prinz Adison ist da und unser Wiedersehen ist mir eine Freude. Einmal mehr essen, trinken und singen wir gemeinsam, als wäre seit unserem letzten Abschied keine Zeit vergangen. Wir hätten in einer Scheune speisen können und das wäre für mich dennoch eines der besten Feste aller Zeiten gewesen. Ah, was wäre das Leben ohne Adisone? Ja, das wäre in der Tat sehr traurig, das Leben. Ja, unser zweiter Sohn wird erwachsen. Er ist zynisch, hinterlistig und stur. Das ist so fast das Gegenteil von uns. Aber auch recht gebildet. Also, hat immerhin auch eine gute Bildungsausbildung. Nur ist er jetzt nicht so viel rausgekommen wie bei uns. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das Festmann neigt sich dem Ende zu und meine Grob-Vasalin, Gräfin Kemal von Tana, die irgendwie adamitisch geworden ist. Und ich habe ein Gespräch. Sie fragt mich nach meiner Meinung zum Thema Feste. Hm, also grundsätzlich... Wir sind jetzt treuherzig. Ja, wir werden sagen, das Thema fasziniert uns ebenfalls. Aber... Da müssen wir uns natürlich mal drum kümmern. Also, adamitisch, das geht ja gar nicht. Da werden wir die Bekehrung direkt mal verlangen. Das macht sie wahrscheinlich auch. Ja. Gut, alle haben wieder was an. Das ist schön. Habe ich denn sonst noch irgendwelche Leute? Ah, toll. Eifrige Frohnatur sind wir auch direkt geworden. Ich begebe mich gerade in meine Gemächer, um ein wenig gesegneten Schlaf zu genießen. Als ich ein leises Rascheln von einem der Fenster höre. Nur der Wind, denke ich bei mir, bis der Wind zu reden beginnt. Berenice, so öffnet doch meine Sternschnuppe. Ich bin es. Vekeslav. Okay. Ich stoße die Fensterläden auf und siehe da, da ist jemand zum Fenster von Berenice hochgeklettert. Es ist Bürgermeister Vekeslav von Bayer da Amarama. Ähm. Der ist 62, unsere Tochter ist 21. Und der belästigt sie. Wie habt ihr meine Tochter gerade genannt? Macht er unzüchtige Avancen? Haben die jetzt eine Affäre oder habe ich das nochmal verhindern können? Bin mir nicht sicher. So, ich wollte gerade nachschauen, ob es noch weitere Adamiten gibt, aber es sieht nicht so aus. Ne, da gehen wir nicht hin. So. Nächstes Thema. Da wir ja solche hervorragenden Gerardisten sind, wollte ich gerade sagen, aber jetzt lädt uns König Bosu ein. Das ist unser Ratsverwalter. Ist jetzt aber an sich kein mächtiger Mann. Und ich meine, der hat halt auch unseren Bruder, natürlich Sizilien, abgenommen. Ich glaube, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Ähm. Ich wollte sagen, wir sind so gute Gerardisten. Ich glaube, ich muss mal gleich auf Pause gehen, bevor ich weiterrede. Ähm. Irgendjemand an einer Affäre. Ja. Okay. Also, wir sind hervorragende Gerardisten und darum ziemt es sich nur, dass wir mal auf eine Pilgerreise gehen, würde ich sagen. Das machen wir jetzt. Ähm. Wohin gehen wir denn? Das ist die Frage. Wie wär's denn? Oh, Jerusalem ist übrigens nicht mehr, ähm, hat nicht mehr kein einiges Königreich mehr. Die Islamiden haben es wieder eingenommen. Vatikan ist albern. Köln? Na, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir gehen nach Santiago. Mal wieder. Das ist ja schön in unserer Reichweite. Reichweite. Also, ist der Vatikan natürlich auch, aber das ist ja langweilig. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Während ich mit göttlichem Segen losziehe, muss mein Reich warten, ganz gleich, wie lange ich abwesend bin. Zeit für die Abreise. Ja. So ist es. Was haben wir hier? Baronin Brunner kann uns, ja, Lüßgeld bringen. Sehr schön. Eine unverschämte Geschichte. Ich komme an einem Lagefeuer vorbei, an dem einer meiner Mitreisenden eine Geschichte über einen Kaiser erzählt, die er irgendwo aufgeschnappt hat und die Menge tobt vor Lachen. Als ich mich nähere, schweigen alle, mit Ausnahme des Erzählers. Ach, keine Sorge, mein Fürst. Ihr seid ganz anders als das Schwein in dieser Geschichte. Es geht um den Kaiser dieses Landes. Ach ja. Ähm. Wir sind natürlich eigentlich der einzige Kaiser in der ganzen Welt. Darum finde ich das jetzt ein bisschen komisch. Ich meine, gehen wir uns jetzt damit zufrieden? Grundsätzlich sind wir ja treuherzig. Also wir vertrauen ja Leuten, deswegen würde ich sagen, ja, soll er uns erzählen, ne? Wir sind vertrauensselig. Habe ich sonst noch irgendwelche Leute im Kerker? Nee. Die Ankunft. Endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Santiago. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten zu diesem Augenblick. Ja, wir haben den heiligen Pfad beschritten. Dafür erhalten wir die Eigenschaft Pilger. Und außerdem, weil unser Glaube den Grundsatz Wanderprediger hat, Reise der Armut. Kriegsorden an Werbekosten minus 33 Prozent. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist nur das Problem, dass wir das nicht unbedingt brauchen mit dem Kriegerorden. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich erkehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Priester und Bischöfe doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht. Und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Ja. Schön. Pilger sind wir auch geworden. Mensch. Und gleich gibt es wieder ein Festmahl, aber Istrien ist jetzt nicht so interessant für uns. Ja. Es gibt schon noch eine Sache, die hätte ich gerne gemacht. Und zwar gibt es ja hier noch verschiedene Kaiserreiche. Varungausberto müsste mir eigentlich mehr zahlen. Naja, wir sind ja zufrieden. Uns ist das egal. Ähm, ich hätte gerne das Kaiserreich Germanien gegründet. Klappe. Aber, das geht nicht. Also wir haben zwar die 110 geforderten Grafschaften. Wir haben auch genug Geld und überhaupt. Aber, im Tooltip steht, als geradischer Herrscher könnt ihr stattdessen das Heilige Römische Reich neu gründen. Das geht, weil wir ja einen christlichen Glauben haben. Der Geradismus ist ja eine Abspaltung des Katholizismus. Das Wort könnt über, finde ich jetzt ein bisschen untertriebene, das ist tatsächlich so, ich müsste es stattdessen schaffen. Ich habe keine andere Wahl. Ich kann diesen Titel Germanien nicht schaffen, weil ich katholisch, beziehungsweise geradisch bin. Das ist also schon mal ein Ding. Ähm, und das geht wiederum nur. Also das geht über eine Entscheidung. Und das wiederum geht aber nur, solange ich nicht Kaiser bin. Wenn ich jetzt aber meinen Kaisertitel oder meine Kaisertitel vernichten würde, dann würden all diese Könige in meinem Reich ja denselben Rang haben wie ich. Und folglich würden die alle wiederum aus meinem Reich fallen, womit ich dann auch Germanien nicht mehr gründen könnte. Das ist also doof. Also wir können das leider nicht gründen. Hätte ich gerne gemacht, weil ich dadurch eben dann der rechtmäßige Lebensherr vom Ostrankenreich wäre. Tja, schade. Ist leider so. Finde ich ein bisschen blöd, dass ich dann nicht sagen kann, dann gründe ich halt Germanien stattdessen. Ähm, oder ich wandle meinen Kaisertitel um. Funktioniert halt leider nicht. Und da Ergel auch zufrieden ist, ähm, ja, denke ich auch, dass das vielleicht nicht unbedingt zu ihm passen würde. Also jetzt ein sehr intriganter oder ehrgeiziger Herrscher würde es vielleicht jetzt darauf anlegen, all diese Königtitel zurückzuholen, sozusagen. Dann den Kaisertitel vernichten, um dann das Heilige Römische Reich zu gründen. Was ja durchaus passend wäre für die Größe des Reiches, ne. Meine Vasallin, Ratsprediger Bona, ja, hat auch mal wieder herausgefunden, dass hier jemand eine Affäre hat. Und schon ist jemand im Kerker. Und wir haben ihn da freikaufen lassen. Unser jüngster Sohn ist jetzt auch erwachsen. Ist ein knauseriger Buchhalter geworden. Also das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Obwohl er mit einer Zwanziger eigentlich auch ganz gut dabei ist, ne. Also da kann man nichts sagen. Tja, aber so ist es. Genau. Das Reich verliert Land, das kennen wir schon. Wenn er stirbt, geht das Ganze an ihn. Gut, verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum das jetzt ein Problem ist. Naja. Festmahl, nein. Und wir können hier tatsächlich einen ersten Vorzug freustellen. Achtung, das ist schon der zweite. Befreunden oder das Herz der Familie. Da wir ja ein sehr treuherziger Mensch sind, denke ich, dass auch Befreunden ganz gut passen würde. Könnten wir jetzt also auch einen Freundschaftskomplott starten. Na, schon wieder eine Affäre. Muss ich natürlich einkerkern. Gut. Soviel zu dieser Folge. Wir sind mal gespannt, was beim nächsten Mal alles so passieren wird. Wahrscheinlich werde ich etwa 100.000 Festmähler ablehnen müssen. Aber das ist okay. Das nächste Mal wechseln können wir übrigens... Wann? 1343. Also nächstes Jahr, quasi, könnten wir unseren Fokus wieder wechseln. Und dann sind wir natürlich gespannt, was dann der nächste wird, was dabei passieren wird. Mal sehen. Bis dann, macht's gut. Eure Miri. Bis dann.